Mein Name ist Christian Schemetzler. Ich verantworte bei der Firma Fliegl den Bereich Agrotrack und die dazugehörigen Trailers. Wir sind hier auf einer Biogasanlage und sind beim Maiswechsel. Wir haben hier den Fliegl Farm Truck. Das ist die neueste Errungenschaft im Hause Fliegl. Der umgebaut wird auf Agrarbereifung und leistungsstarke Hydraulik, um unsere auf Sattel Anhänger betreiben zu können. Angehängt ist ein ASW 298. Der Vorteil von dem Gespann ist, dass ich kostengünstiger unterwegs bin durch niedrigere Anschaffungskosten und auch geringere laufende Kosten, sei es Sprit, Reifen, Unterhalt. Ich habe höhere Geschwindigkeiten, mehr Leistung wie beim Schlepper. Gerade auf der Straße bin ich da im Schlepper weit überlegen. Die Zugmaschine hat 520 PS, hat ein Automatikgetriebe, einen mechanischen Allradantrieb, der permanent angetrieben ist. Der Sattelaufliega hat 55 Kubik mit Abdecksystem, Nachlauflenkachse, breiter Bereifung für bodenschonende Überfahrt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017